I taste, love you, hear whatever you are Ein Stimm, die noch einmal durch Mojosh-Hand geht I feel, whatever you want, it will be Genau wie zu Kölner sind, mit Whatever You Want, den Lied, wo man so ein Breakover komponiert hat, lasse gehen, er wird weit zu sehen im neuen Album Wildest Dreams geheirat Und einem Live-Konzert dürfte natürlich die Show nicht fehlen und dafür wird in einem anderen, auch ein Mensch wird Lightshow gesucht Während dem ganzen Konzert, gar vom Stadion so viel elektrisch verbraucht, werden Klangstaat, das gehen an einem ganzen Dach verbrauchen Wir sind in der nächsten Liederroutine, auch die Mial-Klassiker gesungen, weil zum Beispiel Let's Stay Together, mit dem Lied von 1983 durchsprünglich in der Hitparade gelungen ist, aber auch We Don't Need Another Hero, Titel Lied von Mad Max oder I Can't Stand The Rain, und natürlich Simply The Best, für den nehmenden Poir-Hop zu zielen Auch nicht das aber, weil zu Köln, wo das Tina Turner bei langen Halbstunden Milan gesungen hat, wie viel gesehen, gerade so wie Stones oder Bon Jovi, jetzt schenkt den Artisten, hat ihm den Klängen Lützebursch an der mehrhemlischen Atmosphäre gut zu gefallen Wir haben alle guten Delight in den Konzert für Post, zu unseren Narrenke hier wollen lauschen, Aldo Radu über Dritten Tina Turner, sein Konzert von Amsterdam, live über Satelli des Amstenden Noven von Nengauerhunds. Und der zweite Konzert hat Lützebursch während der Ballaball Helle-Wash-Pagiestadt. C'était très bien, je m'attendais pas à ça, c'était vraiment génial. Amen, c'est une chante. Oh, she was very, very nice. It was very good. De Konzert gestorben, das auch, ma unie Probleme mit der Bühne gängend, berufs Pompieren, hätte juste 25 kleinen Asettes, für Leute, die zum Beispiel umgeknigst wurden, an sich der Faust vorstellt hatten, an auch numm Konzert, wo die Schilderinnen und Trichelige Hallen um Halbwarrang fährt der ganzen Trafik schon rüber. Die ganze Konzert werden noch eine große Novenlage. Simply the best, das ist aber gut. Das ist auch das Best.